Optimale Spaltenbreite einstellen In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie für Ihre Tabelle die optimale Spaltenbreite einstellen können. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Markieren Sie die gesamte Tabelle und wählen Sie anschließend im Menü Tabelle Automatisch anpassen optimale Spaltenbreite aus. Sie können die optimale Spaltenbreite auch über die Symbolleiste-Tabelle einstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Markieren Sie die Tabelle und klicken Sie in der Symbolleiste-Tabelle auf den Button Optimieren. Wählen Sie dann dort den Button Optimale Spaltenbreite aus.